Hi zusammen, heute eine Kurzbotschaft vom Universum für die Woche vom 12. Juni bis 18. Juni 2023. Liebes Universum, bitte gib mir Botschaften, was auf uns zukommt. Dies ist eine allgemeine Legung. Bitte denkt daran, dass es sein kann, dass ihr nicht vollständig in Resonanz geht. Als Hauptthema liegt das kleine Glück. Über einen langen Weg erhältst du kleines Glück ins Haus. Und bei einer Glücksträhne hast du einen Schutzengel. Lang gehegte Wünsche werden angezeigt und erlangen durch ihn Erfüllung. Die weiteren Tendenzen, Dinge werden näher betrachtet von einem erfahrenen, reifen Mann, der es gut mit dir meint. Alles Liebe, eure Sonny.